Alternativen? Keine, heißt es im Gesetzentwurf von CDU, CSU und SPD zur Sicherung des Sozialkassen im Baugewerbe, denn das Gesetz zielt schlicht darauf ab, den Fortbestand des Sozialkassenverfahrens im Baugewerbe zu sichern. Das ist nämlich durch ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom vergangenen September für nichtig erklärt worden. Deshalb begrüßt Felix Paklepper, der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Baugewerbes, die schnelle gesetzliche Nachfolgeregelung. Wir brauchen das Gesetz, um die Insolvenz von der Sozialkasse Bau abzuwenden. Die Sozialkasse ist für uns ein Instrument, um unsere Tarifpolitik umzusetzen. Wir haben im Bereich der Bauwirtschaft die Besonderheit, dass die Arbeitnehmer, die gewerblichen Arbeitnehmer, die Bauarbeiter in einer hohen Fluktuation unterliegen. Fast 50 Prozent der Bauarbeiter wechseln den Betrieb im Laufe eines Jahres. Deshalb werden das Urlaubsgeld sowie in Teilen die Finanzierung der Ausbildung im Baugewerbe und die überbetriebliche Altersvorsorge über die Sozialkasse finanziert. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts bezog sich auch nicht auf die Einrichtung der Sozialkassen an sich, sondern auf das Verfahren und die branchenweite Festlegungen über die allgemein verbindlich erklärten Tarifverträge im Baugewerbe. Dadurch muss die Finanzierung des Sozialkassen auch über die Unternehmen erfolgen, die selbst nicht tarifgebunden sind. Dieser Zwang ist durch das Urteil des Bundesarbeitsgerichts rückwirkend bis zum Jahr 2007 aufgehoben worden. Dabei reicht die Einrichtung der Tarifvertragsparteien, von der bis zu eine Million Arbeitnehmer und Rentner profitieren, zurück ins Jahr 1949. Und die Allgemeinverbindlichkeit der entsprechenden Tarifverträge war neben der Finanzierungsfrage immer auch ein Instrument, um alle Arbeitnehmer der Branche zu erreichen. Der Gesetzentwurf der Regierungskoalition will an diesem bewährten Verfahren grundsätzlich nichts ändern. Aber das geht nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts nur, indem rückwirkend zum 1. Januar 2006 alle Tarifverträge per Gesetz und statistischer Verweisung für alle Arbeitgeber verbindlich angeordnet werden. Anders ausgedrückt, die frühere Allgemeinverbindlichkeit wird jetzt in eine dauerhafte Rechtsgrundlage für die Sozialkassen umgewandelt. Und damit werden auch etwaige Rückforderungen nicht tarifgebundener Unternehmen abgewendet. Ich gehe davon aus, dass das eine Lösung ist, mit der wir gut leben können, sagt Baugewerbe-Hauptgeschäftsführer Felix Paklepper. Und auch die Vertreterin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Garselena Siebi, begrüßt vor der Anhörung im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales die neue Regelung. Wir sind nicht nur einverstanden, wir finden das geradig und geboten, dass hier das Gesetz möglichst schnell auch verabschiedet wird, weil die Ansprüche von vielen Beschäftigten und Betrieben nach den Sozialkassen-Tarifverträgen auf dem Spiel stehen und wir ansonsten auch wirklich große soziale Verwerfungen zu befürchten haben. Mehr als eine Million Arbeitnehmer und Rentner würden um ihre Urlaubs- und Rentenansprüche gebracht, wenn keine gesetzlichen Lösung kommen würde, erklärt Sozialkassenvorstand Gregor Assoff. Kritische Stimmen gab es bei der Anhörung nur im Blick auf marginale Detailfragen und deutlich wurde auch, dass die Tarifparteien künftig für noch mehr Klarheit in den Verfahren sorgen sollen. Das Gesetz soll jetzt aber zügig verabschiedet werden. Bis zum nächsten Mal.